Wird eine längere Folge heute. Was ist denn das jetzt? Ah nein, das habe ich schon. Da war ich schon mal, die sind richtig nervig. Warte mal, warte mal. Ich muss mal weg, ich muss mal weg. Alter, der springt mich an einfach. Hilfe! Richtig nervig. Weil die brennen dich. Ich bringe mich einfach an mit dem Drecksfakel. Ja, genau. Deppert. Die sind doch saustark, ey. Jetzt auch, Mann. Du willst den Geld vielleicht machen. Fängt ja hier komplett um. Oh, neuer Stab. Was macht denn der? Die Welt gehört den reichen Angriff plus 17 Fähigkeit Attacke der Gier. Ja, das ist das, was ich glaube, bevor du das Gold kriegst, wenn du das einsetzt. Den brauch ich nicht. Meinen Boden, den liebe ich. Warte mal, ich droppe dir die Blumen, da kannst du die finden. Du fregst ja auch gleich. Ich werde es mir noch aufheben für den letzten Moment wahrscheinlich. Aber... Ja, nett, dass du dann wieder stirbst. Oh, du nehm ich das. Gönn ich mir, gönn ich mir. Glaub ich dich auchzustellen? Ja, da kriegst du noch ein Apfel. Da ist noch ein... Boah, jetzt werden wir aber schön gefütet. Ja, passt schon so, passt schon so. Ah, komm mal auf. Das ist noch so schlimm, der Typ. Scheiße. Oha, 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 oha. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh mein Gott, ich hole mir mehr, ich hole mir mehr. Ich mach das auch jetzt. Hör auf jetzt zum Schießen! Was hast du denn jetzt mit ihm gemacht? Auf einmal sucht er. Oha, er ist weg. Der rechte, der packt eh fest. Der freune ja auch nicht. Uiiyiyiyiyiyiyiyiy! Oh god, oh god, oh god! Schade, was hast n du für eine mächtige Scheiße? Wann kommen denn Blitze raus? Ich weiss nicht irgendwas, was ich genommen habe. Ummabsichtlich wahrscheinlich. Was übrigens, die Drachen, das ist electrolyte schwierig. du hast ja alter gleich mit an jetzt hoffentlich noch schaffende typen warum können wir jetzt soll ich dich zurück ja könnte alles was geht vielleicht ist was anderes die sind echt heftig wer diese werfer die finde ich richtig schön weil sie so viel sind fahrmonster geld sagt jetzt könnte wieder ein händler kommen langsam langsam ein händler kommen auch schaden große kohle Oh fuck, ich will die Apfel geben, das ist nur ein Apfel. Ah fuck, der habe ich nicht rumlaufen, der kommt nicht wieder zurück. Du, weich mal aus! Ah komm, ich schieße immer daneben! Wenn du eine scheiße Angriffsanimation drehen willst, dann kannst du nicht mehr ausweichen, das ist das Problem. Warte, das ist ja auch nichts. Winkler angegriffen. Winkler angegriffen! Winkler angegriffen! Alles erledigt. Truhe! Die Knarre, ne? Da ist ein Kristall mit Kripp... ok, ich kriege das wieder. Dann gönne ich mir den. Die hat die Fähigkeit Schilder und Ähnlichkeit. Das klingt so mächtig. Ich probier's mal, warte mal kurz. Ah, die Schrockflinte ist das! Das ist die... was? Ah ja! Du kannst das Schick machen! Du kannst das Schick machen! Du hast so viele Gegner, der Bogen glaube ich trotzdem fast besser. Ja, ich bleib hier mit dem Bogen! Wollen wir oben? Ja, gehen wir oben! Der Händler! Joohooo! Uh, ein Lotto-Automat! Uh! Okay, ich kaufe mir die Leben! Was? Fried? Ja, gehen wir uns! So, und da werfe ich... Ja, 8 Gold, 8 Gold, dann bin ich zu geizig. Ah, 8 Gold will ich nicht. Ja, was ist dann? Das würde sich ausgehen! Ich, ich, ich... Soll ich hier reinwerfen? Nein, nein... Nein, du nicht! Weil wenn wir jetzt ein Händler sind, der verlangt 20, 30, 40. 20, 30 hast du, und dann hab ich die 40. Wenn ich jetzt die 8 Gold verwende, hab ich immer noch 40. Ja! Ja, das bleibt das. Du hast genug, ja! Du hast genug! Soll ich nochmal? Ja! Jetzt mach ich auch mal! Ja, dann haben wir aber die... Goldanzahl nicht mehr. Achso, oh ja, jetzt geht's wieder. Ich ja 50 hab. Wow! Okay, jetzt müssen wir aufhören. Nein, wir finden jetzt noch zwei Goldmünster irgendwo drin. Und ein Apfel geht auch. Gut, haben wir wieder unsere Zockerleidenschaft ausgelebt. Nein, das geht so geil. Was sind das für welche? Die kenn ich nicht. Oh, Geister, die schießen, glaub ich. Ja, die schießen. Die schießen ja gezielt. Die verfolgen sogar... Oh, die teleportieren sich auch! Weg, 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 weg! Oh, nein, ich dachte, ich wär schon tot! Warte ich nicht, die Münze? Kannst du bitte sterben, anstatt dass wir nochmal... Was? Ja. Achso, du hast ja genommen. Ich hab halt wieder nichts mehr zu essen. Oh Gott! Du musst dir leben? Ja. Was? Fantastisch! Was? Meine Fledermausse ist vor allem gesporen, das ist mir ins Gesicht geflohen. Die können aber eh nichts, das ist so schwach. Die kannst du normaler Angriff auch verwenden. Bei Schatz sind schon da. Sorry, sind wir schon... Oh mein Gott! Da kommt einer! Ja, die Skelette sind auch die kleineren Probleme. Die hab ich lieber als die komischen, komischen Goblins. Was machst du? Bist du staunt? Nö. Das war eigentlich meiner, aber ja. Was? Achso. Jetzt hab ich auch wieder 50, ne? Was? Du hast nicht gesagt, ob ich 50 brauche? Ja, nicht das Geld. Das war ein Lebenskristall. Achso, das war ein Lebenskristall, Entschuldigung. Ich dachte, das war ein Crit. Okay. Nein, die Crit sind in die Lange. Vielleicht nehmen die Messer. Sollten wir uns die Scheiße in Zukunft besser durchlesen, weil die Drachen fand, wäre für mich auch sinnvoller gewesen eigentlich. Ja, das ist ja random sowieso, ne? Das ist ja gar nichts Verteidigung, das ist nur Angriff, zufälliger. Ja, aber ich bin da vorn. Ja, das ist das gleiche, wenn ich angreife, ne? Das gibt's nicht, ich höre ich dir nicht. Wieso haben die so viel Lehm? Geh weg! Na komm, hör auf! Was mach ich? Achso. Alles kribbelt. Gibt's nicht. Wieso geht mein Attack nicht? Achso. Wie schaden macht dieser Scheiß Steinwerfer eigentlich? Wie zu viel? Der ist ja richtig overpowered. Oh Gott sei Dank der Zaun. Na geh weg 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 weg! Womit hier? Ja. Ich glaub der ist Fernkampf der Faller. Der Zaun? Einfach saunfähig im Nahkampf, Alter. Jetzt geben wir beide Fernkampf. Na komm. Das ist mit Schild besser, wenn wir die Scheiße wenigstens ablocken. Oh, ein Händler! Und ein Shark! Was für ein Scheißdreck! Was kannst du denn? Oh nein, was? Okay, so kann man wahrscheinlich nicht angreifen. Oh, pass auf! Hier aber ab! So, einen nehm ich, einen Apfel und dann ist es dich. Da. Also... Ich habe einen wundervollen Schätz. Ja, ich hab weniger, ne? So, jetzt. 20 Münzen! Und dann 30? Und dann bin ich da mit 50. Eine weiße Entscheidung. Hier hast du... Irgendwas. Geil! Und dann 30? Ja, nein! Das wollte ich nicht! Angriff! Geh nicht mehr! So, komm! Ja! Keine geile Waffe irgendwas! Boomerang! Wow! Das hat sich ausgezahlt! Geh mal nach unten, oder? Rechts! Äh... Geh mal runter, oder? Jo! Das machen wir so noch ganz gut, aber jetzt kommt ein Pop! Alter! Was ist Great Mole Shark! Der schaut heftig aus! Ähm... Ich muss schon die Waffe wechseln! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh lol, ich glaub der... Der rutscht da aus wie die anderen! Wo ist er denn? Weg, 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 weg! Lo, lo, lo! Ja, genau! Immer, wenn ich die Spezial-Attacke mag! Der kommt gleich wieder! Aber ich kann den ablenken! Von mir aus! Lol! Kleiner Ficker, du! Toll, was ist mit dir, Alter? Achtung! Oh, 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 oh! Lo, der macht das öfters! Ach du Kacke! Ach du Kacke! Wieso geht er auf mich? Ah, Zielwechsel muss auch mal sein! Der ist ja den ganzen Weg rein von mir! Geht er los! Okay, er geht auf dich! Hoppa, hoppa, hoppa! Nein, er hat mich! Macht viel schon? Ja, schon! Oh Gott, er geht auf dich jetzt! Gott sei Dank! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Gleich hat er mich! Mein Rentenfonds! Nein! Der hat mir mein ganzes Gold genommen! Nein! Gott sei Dank habe ich ihn voll gekauft! Das hat er mal so ordentlich Schaden gemacht! Hopp, 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 hopp! Wenn er mich noch einmal trifft, bin ich weg! Ah, man kann die Flosse angreifen! Ich habe das nicht gehört! Oh, fuck you! Oh, fuck you! Oh, fuck you! Ich kenn das gar nicht! Jetzt ist Kreder komplett! Ja, jetzt hat er mich! Ich bin down! Gott sei Dank, Hammer! Also ohne ist das nicht ganz! Nein! Alter, jetzt haben wir schon die dritte Level geschafft! Heute läuft's! Ja, läuft's! Heute läuft's wirklich! Beim Aufsplit müsst ihr in zwei Folgen, glaube ich! Ja! Jetzt läuft es schon über eine halbe Stunde! Eigenschaften mir! So! Darauf kannst du natürlich durchlösen! Was haben wir noch schönes? Durch! Ah nein, durch mich nicht! Ich, ich, ich... Ah, warte, 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 warte mal! Boah! Oh, der ist heftig! Der ist echt heftig! Glaube ich, nehmen wir den! Und die Special, die kann los! Oh, ja! Die machst du schön Schaden, ne? Der macht noch mehr Schaden als mein scheiß Schwert! Ah, ich geb dir den Apfel! Lass ich auf! Ah, Apfel, ich keule! Das dauert's mir immer fast gleich viel, ja! Passt! Weiter geht's! Boah, ich liebe diesen Teleport! Mit dem kannst du so viel Göllenscheiß machen! Lerophy! Alter, wenn wir das heute schaffen! Fünf! Das wär... Das ärgste! In drei Folgen einfach das ganze Spiel! Ja! Ja! Wo wolltest du jetzt hin? Boah, macht das viel Schaden! Oh mein Gott! Ja, ich sag, pass auf! Ach, scheiße! Der kann reiten auf dem Schwein! Und die scheiße, das ist ja... Nein! Nein! Ich frier dir ein! Das ist ja richtig ungefähr! Einführen oder verlangsamen? Verlangsamen, ja! Ach komm, ich lauf schon wieder in den Scheiß rein! Geh weg! Geh weg! Da hat er auch nicht so... Das Lull ist auch noch da und so? Ähm... Boah, schau, wie viele Zählen wir schon haben! Das ist... Mit einer schönen Upgrade-Sation! Oh, schau dir das Schwert an! Oh Gott, das schaut geil aus! Die Waffen werden immer geiler! Ah, das kenn ich schon! Das ist ja gleich wieder das Schwert, das ich gehabt hab! Ja, aber das macht noch einen Dash dazu! Fuck! Du brauchst diesen Spin, gell? Ja, was ist denn lieber? Zauberstab oder der? Das hat noch mehr Angriff! Weil ich sowieso keinen Angriff Sachen gekriegt hab! Vielleicht wenn ich noch mehr Angriff hab! Was? Ich kann... Das kann man freikaufen? Ja gut, ich nicht! Ja, brauchen wir nicht! Öh! Alleine für den Rückstoß ist das schon wert! Ja, das andere war verlangsame, ne? War auch schon schlecht! Ja, das andere war verlangsame, ne? War auch schon schlecht! Ja! Weil du musst schon ausweichen! Ja! Ich kann nicht, wenn ich mit der Animation drehen bin! Warte mal, ich schau schon mal wie es kostet! 20 Gold! Ja, ich weiß nicht, was da dahinter ist! Soll ich's machen? Ja, aber vorher tun wir noch den Raum fertig machen mit der Kiste! Ah nein! Du schickst um den Raum zu! Oh Gott! Alter, was ist das denn?! Die schießt dann eben auch noch! Barscht schon, haben wir schon, das ist fertig! Oder auch nicht! Was ist denn das für'n Bär? So, jetzt zeigst du ja, was du drauf hast! Hier hat sich gebraucht eine neue Waffe! Da kann ich mich nicht leisten! Ja, nimm du die ganzen Münzen! Ey, was liegt da drin? Weiß ich nichts! Ah, siehst du das nächste Essen! Was brauchst du denn da? Keine? Ah, ja bitte, ja! Oh ja! Obwohl ich eh genug Nahrung hab, aber voll ist gut! Da! Ähm... Wär's nicht besser, wenn nur einer von uns die Münzen sammelt? Wär's wär eigentlich fast immer besser! Naja, dann machen wir das, dass du's machst! Der Münzenjäger! Was bist denn du? Na! Oh, jetzt geht auf mich! Das sieht ziemlich respektanflößend aus! Ha ha ha! Boah, der heilt da was aus auch! Was kann ich sagen? Aber der macht doch auch so viel Schaden! Was ist denn mit dem los? Ein paar Äpfel wären jetzt nicht schlecht, ey! Brauchst du noch ein paar von mir? Ah, jetzt geht's grad wieder! So! Und da ist ein Circle Peak! Vermut, dass wir erst einmal das Krumm in der Mitte zu erstören liegen müssen! Passiv! Ja! Nein, das geht nicht! Nein! Ich schieße ihn auch noch! Oh, was hast du denn? Warte, lassen wir uns das durch! Achtung giftig! Angriff versuchen! Ursachen! Gelegentlich extra Giftschaden! Nimm du das! Ich hab das mit dem Drachenhaut! Mach du das mal! Was? Ich glaube nicht so hardcore wie du! Du hast ja viel mehr... Ich weiß nicht, ob das das austauscht dann! Nein, nein! Du hast ja nicht! Eine Passiv! Sehr gut! Weil du hast ja viel mehr Streuung! Ich kann ja nur immer noch so, weiß ich nicht, zwei Leute treffen! Machst du Scheiße! Ach so! Ach so! Ich dachte ich... War auch schon... Fürchtet! Oh, wie schön die sind! Boah, zum Glück hast du diesen Elektroscheißdreck! Oh, ich bin ein Vollidiot! Ah, nicht die Münze nehmen! Nehm du die Münze da hinten! Ah, ich gleich... Ich kann mich mal auf den Bogen schützen da, weil es werden irgendwie immer mehr... Mua! Ja, das... Ja! Ja! Ich muss still stehen bleiben, wenn ich mit dem Fall schieße! Ach, Scheiße! Das ist unzählig geworden! Passt schon! Wie der? Lol! Und ich helfe ihm auch noch, dass er mich verwischt! Ich glaube, ich probiere jetzt den Traktor! Nein, mein Ge... NEIN! Der hat klaut dir das Geld! Ah, zum Glück nicht... Ach so, oh ja! Ja, er klaut dir alles! Was für ein... Ah, nein! Schau! Nur 10! Oh, Gott sei Dank! Bei mir hat er nämlich alles klaut! Oh Gott, ja! Die Hähnchen-Karren sind enorm geil! Oh, ein Buch! Warte, lass uns das durch! Verboten eines Buch! Ein unheimliches Buch vor der Zaubersprüche! Womöglich ist der Einband aus menschlichem Leer! Sei vorsichtig, wenn du seine Kräfte einsetzt! Nimm du das! Alles klar! Na, nächster Boss-Fried, oder? Geht doch nichts! Oh, toll! Nein, nicht unten! Oh Gott, das ist heftig! Na, geh weg! Müssen wir schauen, dass wir die Magier zuerst zusammen haben! Wärts doch noch nicht, wie wir das machen! Nein! Ich schieße dann eben auch noch! Oh, das war gut! Gott, da kann man ausweichen mit dem Dash! Das ist ja geil! Ich hab auf die kurze Zeit unverwundbar! Oh, geil! Weißt du was? Die weichen immer aus, wenn ich schießen will! Die Mongos! Hält die raus? Das gibt doch nicht der, der hat gar keinen Schild mehr! Ja, das war's! Der ganze Raum weg! Ich glaube nicht! Nein, da ist noch einer! Eines mit kleiner Hans! Im Süden unten ist noch ein Dingens! Ah, ne Münze! Ich geh nochmal die Kiste! Ja, nehm du die weg! Die Münze noch rausfliegen! Wieder ein Sauerstab! Das ist ein Speer! Ah ja, okay! Nimm die Münze noch! Guck mal, ich nehm ein paar Äpfel! Was? Ja, gib mir nur den weg! Oder? Egal! Ja, Boss! Ich glaub ich kotze! Der schaut heftig aus! Willkommen in der Hölle! Wir werden viel Spaß zusammen haben! Ja, wenigstens ist er positiv gestiegen! Ja, 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 ja! Jetzt machen wir ihn fertig! Wow, sagt er! Jetzt war er fertig! Warte, wir schauen mal an, was er macht! Okay! Oh, jetzt können wir ihn angreifen! Jetzt darfst du die Puppe an! Ja! Ähm, alter hat der Leben! Hat der Leben! Der f***t mich komplett her! Okay! Alter, der macht schau'n! Alter, der macht schau'n! So, soweit er inzwischen auf mich geht, dann kannst du auf ihn gehen! Kann ich nicht! Schau dir mal meine Leben an und der greift um sich herum! Warte mal! Warte mal! Ich dropp'n Dingens! Da nimmt die Keule! Okay! Ich kann ihn nur mit der Special angreifen, Maximal! Ja, dann dauert's ein bisschen! Ja, machen wir nur mit der Special! Ich hasse dich! Wow, 61 Schaden! Uiuiuiuiui! Nein, du kannst ihn eh normal angreifen! Wenn ich da hinge... Ich bin dran! Boah! Macht der viel Schaden! Ich weiß gar nicht, wie du den im Nahkampf besiegen sollst! Der greift dir ja an, sobald du hinkommst! Ich weiß gar nicht, wie du den im Nahkampf besiegen sollst! Jetzt! Lager vollkopp! Bleib doch einmal stehen! Wer ich? Ja, ich wollte die Special angreifen, aber das ging doch nicht! Ja! Weil das haben wir so gepackt geschaut hat! Verstehst du eine Logik? Nicht allzu gut! Uh! Der greift hat viel Schaden gemacht! NEEEEEIN! Ich glaub das war's mit uns! Jetzt haben wir verkackt! Alter, der Gegner ist ja halbarmhart! Was ist denn jetzt?! Was ist denn jetzt?! Was ist denn jetzt?! Geh weg! Na hoi! Ich hab kein Special mehr! Oh jetzt! Einer geht's weg! Okay! Ich glaub das kriegt ihr die wieder, wenn die alle kaputt sind! Na hoffentlich nicht! Ich befürchte Schlimmes! Werd ich mal! Okay, jetzt ist aber einfacher als vorher! Du wirst... PAPAPAPAM! Werd ist weg! Da fehlen nur noch vier, ne? Gott sei Dank er dich nicht angreifen! Oh ja! Er kann dich beißen! Echt? Dass du nicht mitkriegst! Nee! Du wirst schon zweimal nach dir bissen! Halleluja! Er schnappt die ganze Zeit noch dir! Aber wiederbeleben ist natürlich unmöglich! Ne! Unmöglich! PAPAPAPAM! Jetzt schon grießt! Die war alles! Sehr schön! Three more to go! Ich hoffe, dass die Hände weg sind! Jetzt ist es wirklich weg sind! Hätte dich jetzt noch erwischt hätten, dann wäre es das gewesen! Du hast mich gespart! Ah! Bleiben wir stehen! Oh nein doch nicht! Warte mal, wenn die da bleiben, brauchen die ein bisschen länger! Vielleicht kann ich dich retzen! Nein! Gar nicht! Okay, ich probiere es nochmal! Ich habe mich ein bisschen zu lange gebraucht jetzt! Ja, du kannst ihn mittlerweile einen Special Attack drücken! Oder du kannst mal seine Hand zu schießen! Nein, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die Hand zu schieße! Oh ja! Ja! Mit wenig Leben halt! Mit dem Scheiß! Nichts passiert! Jetzt ist er machtlos! Alter! So gehts! Aber sieh, sieh, sieh! Aber sieh, sieh, sieh! Aber sieh, sieh, sieh! Aber sieh, sieh! Knolli, mach keinen Scheiß! Ah, fuck! Die Bombe wirft mir! Die fliegt ja nicht drunter! Ich höre es gerade bei Bomber ein! Wieso? Den nicht! Überlegt, glaube ich, dass... Ich mache es! Man, Knolli, was los? Ja, ich kann dich in der Animation nicht bewegen, das ist ja klar! Komm her! Das ist Special und ist ein Dorn! Nicht wirklich! So, du grittest nicht! Ja gut! Jawohl, habe ich eingerittet! Hast du schon, mache ich ihn einfach fertig! Ach so, der braucht ja eine halbe Stunde, ja gut! So! Keine Rechnung zu begleichen, mein Freund! Nein, ich habe nicht geschossen! Yes, wir haben es geschafft! Alter! Was passiert jetzt noch? Du wirst das nicht überleben? Einer stirbt von uns heraus! Alter! So, nimm die Münzen! Alter! Schau dich an! Schau dich an! Ach so, jetzt wollte ich nicht! Ich wollte was zum Essen haben! Aura! Die ist einfach doppelt süpig! Die passt genau zu dir! Du siehst jetzt aus wie der Typ aus... Metal Gear! Wie heißt denn der da schnell? Ach so! Was macht das? Das ist mächtig! Aber ich siege den Geist und sieh's mir an! Und er hat deine... Ähm... Also ein extra Kampf, ne? Mhm! Sollen wir ihn machen? Ja, probieren wir das! Warte noch, bis ich aufklagen bin und beschweren bei mir hat's! So, geht schon! Ah, der! Weg ist er! Wow! Da rüstung! Was macht denn die? Du passt! Da liegt ein Edelstein für dich, dahinter! Mach die beste Position! Rüstung des Dämonentöters! Einhändig! Also Speer und zweihändig! Das ist für dich! Angriff plus 5 und Crit plus 10! Verteidigung aber minus 3! Und ich hab plus 20% Cooldown! Minus 4 Lauftempo! Was macht der? Entweder Angriff, Verteidigung, Crit! Naja, die Rüstung wird auch zu mir passen! Super! Nimmst du die dann nämlich die Cyber-Rüstung, oder? So, ja! Da ist immer noch ein Edelstein dabei! Angriff plus 2! Ah ja! Alles da! Jetzt fahren wir los! Boah! Jetzt haben wir die Folge schnell! Boah! Level 5 der Main Tower! Ah, die Folge ist ja schon fast 50 Minuten!